Guten Morgen Freunde Heute hoffentlich wieder mit funktionierenden Mikro Heute haben wir den 12. Dezember Es ist 4 Uhr Allen einen schönen 3. Advent Ja Der große Schneefall ist vorbei Ein bisschen aufputzen Jetzt hat der Kollege Probleme mit der Batterie Der Traktor sagt nein Es wird jetzt ein ziemliches letzte Video, bis Weihnachten schätze ich mal Meldet ein schönes Wetter Die nächsten 10 Tage, 2 Wochen Morgen meldet ja Regen, da bin ich ja gespannt was da So Wieder kommt So 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 warum das ich mit Kälten fahre, weil viele fahren ja jetzt mit den neuen Winterreifen da von Okian, ich muss sagen, am Berg wurde mir jetzt nicht getraut, weil manchmal sind auch Situationen, wo man die vier Schneekäten abbraucht und deswegen überhaupt bei einem Null Grad Schnee, das ist das Schwierigste immer, weil probieren geht da nicht, weil das einmal nicht funktioniert auf der Flussbauer problematisch mit dem zweiten Mal probieren. Ja, Servus. Ich probiere es mit drei Veränderungskabel, Starterkabel, Starten aber nicht. Geht's schon gut. Gut. Mal eine Weile. Mal eine Weile. Okay. Okay. Das war's für heute. Ja, ist immer blöd, wenn eine Maschine nicht funktioniert, ja. Aber jetzt könnte es nicht mehr kommen. Ja, das war's für heute. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir sehen uns im nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. Das war's.